Mein Name ist Alexandra Walser und ich bin im ersten KV-Lehrer der VP-Bank. Also eine Banklehre ist sehr abwechslungsreich und spannend. Zwei von meinen Wochentagen bin ich eigentlich im BZB-Buchs und die anderen drei arbeiten im Betrieb. Und zusätzlich hat man auch einen ausserbetrieblichen Kurz namens CYP. Dort lernt man alles rund und die Bankenbranche. Also meiner Meinung nach ist Banklehre eine sehr gute Grundausbildung und nach der Banklehre hat man sehr viele Optionen offen. Also morgen fange ich meistens am 8.00 an und je nach Arbeitsauslastung hört dann mein Arbeitstag am 5.00 Uhr auf. Zwischendurch am Tag gehe ich mit meinen Mitstiften immer in Pause und wir haben auch immer so Projekte zum Planen, wie zum Beispiel eine Mitarbeiterschule gerade im Moment. Und ja, also es gibt eigentlich immer viel zu tun. Also im Moment bin ich in der Abteilung Börseabrechnung. Dort sorge ich dafür, dass die Wertpapiere von den Kunden korrekt auf den Markt kommen. Und wie sehen, nebenbei arbeite ich auch in der Mitarbeiterschule, von der man separat eine Zeit bekommen und alle lernen gemeinsam daran arbeiten können. Also mir gefällt vor allem, dass man in sehr viele Planungen einbezogen wird. Das heisst, man kriegt sehr viel Verantwortung und es heisst, sehr viel Vertrauen von der Unternehmung. Und es sind auch alle sehr hilfsbereit und man kann immer fragen, wenn man etwas braucht. Ich hoffe, dass ich meine Lehre mit der Profsmatura gut abschliessen kann und nachher ein paar Jahre gut die Arbeitserfahrung sammle und dann wahrscheinlich noch ein Studium antreten kann. bis jetzt hier gegen selbst. ps und bis jetzt! bis jetzt! Bis jetzt! Bis jetzt!